Ich muss ein Hopsgap achten nicht, dass hier geschrieben wird. Irgendwas wichtiges und ich es nicht mitbekommen, weil ich mich auch beschäftigt habe. Hier scheinen es doch keine neuen Blätter zu geben. Warum ist ein Teppich? Ach egal. Was ist das? Okay, das ist nichts. Was ist das? Das wird dunkel. Eine Drachenhöhle. Ah ja, 300 Gold. Okay. Eisenstab. Das ist für Sera wahrscheinlich. Genau. Okay. Verstärktes Buchstab. Geräucherte Wurst. Ja, wieder Millionen Jahre alte Wurst gefunden. Franziska. Für dich wahrscheinlich. Genau. Nach der vierten Königin. Ne. Doch. Nach der vierten Königin. Nach der römischen Vier. Königin von Zerran benannt. Äh. Ja. Wirtbuilding nicht. Oh mein Gott. Dreimal kleinen Heidtränk. Warum jetzt noch kleine Heidtränke? Was? Hä? Warum hängt da ein Schild? Warum hängt da ein Schild? Das hat das Schilder verloren. Das war in der Gold. Äh. Vorher. Warum hängt da ein Schild? Warum? Na egal. Blindring. Ach, heißt das, was ich brauche. Ich habe ein Embazis. Wozu bräuchte es euch dann noch? Oh Mann. Ich glaube, das ist jetzt der letzte Dungeon im Spiel. Gold Amulett. Wohl eigentlich. Alle schon. Alles haben, glaube ich. Na gut aus der Dach. Aber dann kommt es dort noch. Das Gold Amulett. So kriegst du mehr EP. Und da ist ein Drache. Okay. Ein kleiner süßer Drache. Gold. Ich lute nochmal schon in der Kiste. Es gibt keine Viecher schon wieder mehr. Glaube ich. Oder war ich nicht. Das Schild bringt schon eine tolle Abwechslung in diesem Mapping. Na dann. Würde ich sagen, Lars Boss. Würde ich mal sagen. So lange sind wir sicher hier. So kleine Mandatrank. So. Äh. Speichern und let's go. Ähm. Was ist das denn für ein Drache? Ist der etwa für die verschwundene Karawane verantwortlich? Das ist der Leviathan. In... Was? In einer Steinhöhle ein Leviathan. Ah ja. In einigen Schriften wird von ihm berichtet. Er soll gar zur Städte in Schutt und Aschlecht verlegt haben. Waaaaaah. Waaaaaah. Oh, ist er nicht süß. Ähm. Ich glaube, er will das eingreifen. Ja, nee. Du, 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 don't say. Nochmal Lufia 2 Musik. Leviathan erscheint. Okay. Oh, ist unser Gerhard gebufft. Ist er gegen eisempfindlich? Keine Ahnung. Ich probiere es einfach mal. Du, 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 du nur wieder er brennt er kann sogar brennen okay ich glaube der kampf war der kampf ist es schon gewonnen von daher ja so jetzt werden wir nur noch die skills und das war's dann auch schon und tschüss was ein schwerer erste boss 6000 ep leviathan flügel und mittlerer heiltrank und da 15 ja das war's mit der exenkrieg gewesen was ich habe ein gefühl sein okay egal und das ist der letzte boss ja das ist sein letzte boss das war's mit der exenkrieg gewesen